194,21 Euro? Wird das bisschen Zeug? Wissen Sie, wie lang ich dafür arbeiten muss für 194,21 Euro? Keine Ahnung, sechs, sieben Stunden? Ha! Fräule Nils, hast du das gehört? Jeder Kunde meint, in sechs Stunden verdiene ich 190 Euro. Ha! Okay, ich hab keine Ahnung, wie viel oder wie wenig sie verdienen. Und wenn ich ehrlich bin, dann... Vier Tage. Vier Tage sitze ich hier in dieser schmutzigen Plastikbox und tippe mir die Finger runter, damit ich mir mal so ein Abendessen hier kaufen kann. Ja, dat ist Deutschland. Dat ist die Realität. Tut mir leid. Okay, ich hab's verstanden. Das nächste Mal werde ich ein bisschen preisbewusster einkaufen. Versprochen. Darf ich jetzt gehen? Ja, natürlich. Ich bin ja nicht Ihre Mutter. Das seh ich auch so. Wiedersehen. Wiedersehen. Wat? 69 Cent hier für'n Dreierpack. Suppesamma. Qualität ist dir egal. Seherаль...? Begrupung.